Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Dazu gibt es das Action-Drama Fukushima, das bald auf DVD erscheint und das für euch Steven, Werner und Kenny besprochen haben. Danach folgt eine Netflix-Dokumentation mit dem Titel Hausboot oder das Hausboot. Alles was ich dazu weiß ist, dass das irgendetwas mit Finn Kliemann zu tun hat. Ich hoffe ich habe mir seinen Namen richtig rausgeschrieben, den man vielleicht ja von YouTube und so weiter kennt. Ja und mehr dazu verraten euch Lukas, Marco und Manuel. Zu guter Letzt habe ich mich mit Stu zusammengetan und wir besprechen den Film Dead Picks, den Debütfilm der Birds of Prey-Regisseurin Kathy Yen. Den gibt es nämlich endlich auch mal in Deutschland zu sehen und alles weitere dann in der Besprechung. Ich wünsche euch ein paar tolle Filmentdeckungen und viel Spaß. Hallo ihr lieben Menschen da draußen, hier ist wieder der Telestammtisch. Wir sind ein Community-finanzierter Podcast, das heißt, wenn euch gefällt, was ihr hört, dann findet ihr alle Infos dazu in der Infobox. Ich bin der Steven von Steven Spoilberg und ich habe heute zwei lustige Kameraden hier an meiner Seite und wir besprechen den Film Fukushima, die Welt am Abgrund. Zum einen begrüße ich den lieben Werner, hallo. Moin moin. Und dann haben wir noch den Kenny, Hallöchen. Einen traumhaft wunderschönen, vor allem strahlungsfreien, schönen Abend wünsche ich euch. Du stimmst uns schon mal ganz gut ein, denn ihr habt ja gehört, es geht um Fukushima, das Atomunglück, von dem wahrscheinlich die meisten gehört haben. Und der Werner, der wird uns jetzt mal ganz kurz die Fakten zum Film erläutern, dann eine kurze Inhaltsangabe geben, bevor uns der liebe Kenny ein bisschen was zu den technischen Gegebenheiten im Film erläutert. Ja, also der Film, der wurde in Japan gedreht, heißt im Original Fukushima 50 und hat eine Lauflänge von knapp zwei Stunden und ist seit kurzem online zu kaufen und erscheint am 11. März, passend zum 10. Jahrestag auf DVD und Blu-Ray und erzählt die Geschichte eben von diesem Fukushima-Kraftwerk. Da gab es am 11. März 2011 damals ein Erdbeben in Japan an der Ostküste und daraus entstand dann ein Riesen-Tsunami, der dann das Kernkraftwerk Fukushima trifft. Und damit hat nie jemand gerechnet, weil es das in der Vergangenheit so noch nie gab, diese Art von Tsunami. Und dass das Atomkraftwerk nicht für diese Art Belastung gemacht ist, ist dann das große Problem an dieser Sache, weil dann geht eins nach dem anderen schief und ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, der Film erzählt da ganz gut, was da passiert ist. Ja, ich möchte ganz kurz erwähnen, wie der Film erstmal anfängt, weil er fängt anders an, als wir das aus solchen Katastrophenfilmen gewohnt sind. Und zwar fängt es direkt mit der Katastrophe an. Es gibt keine Einleitung von öffentlichen Charakteren, es gibt nicht irgendwie einen schnulzigen Anfang, wo ein Familienmitglied aufsteht und dann seiner Frau einen Kuss gibt und dann sagt, ja, ich wünsche dir einen schönen Tag auf Arbeit, mach's gut, ich liebe dich. Und dann noch 10.000 andere Charaktere, nein. Es gibt eine Kamerafahrt über das Kraftwerk von Fukushima, da steht da ein Datum, 11. März 2011, das war das Datum, wo es passiert ist, deswegen kommt er jetzt auch raus, 10 Jahre danach und dann steht bloß da, Uhrzeit, Fukushima, Kraftwerk und dann geht's schon los. Da gibt's ein Erdbeben, da gibt's ein bisschen Animation unter Wasser, wie das passiert und dann geht das schon los. Kraftwerk wackelt, Stromkabel wackeln, alles bricht auseinander und dann Kamerafahrt rein in das Kraftwerk, in den Kontrollraum, alles wackelt, alles stehen da und sind total hektisch und Katastrophe und dann geht das schon los. Ja, also man hat gar keine Zeit, sich irgendwie reinzufinden, du wirst sofort in your face reingedonnert in die Geschichte. Boom und es wackelt. Das hat mir auch tatsächlich sehr gut gefallen, war ich auch überrascht, weil es dauert wirklich keine 30 Sekunden, bevor sozusagen die Katastrophe ihren Lauf nimmt und das hat einen auf jeden Fall ganz gut reingezogen. Hat bei mir auch gewirkt. Werner, wie war's bei dir? Ich muss zugeben, anfangs hab ich es auch sehr begrüßt, dass der Film eben direkt startet, aber im Laufe des Films, muss ich zugeben, hatte das dann negative Folgen, Kat, weil mit der Zeit hat dir einfach so die Identifikationsfigur gefehlt, Leute, mit denen du mitfiebern konntest, Leute, von denen du wusstest, mit wem du es zu tun hast, sondern du haschst dann halt eben im Laufe des Films einfach nur die Leute und fertig. Ein, zwei Ansprechpartner, ein, zwei hohe Tiere, klar, schön und gut, aber die tragen den Film halt eben nicht. Plus, minus hat Vor- und Nachteile. Ja, sprichst du auf jeden Fall, denke ich, auch was Richtiges an, denn auch bei mir hat das ein bisschen gedauert und vor allem, ja, wahrscheinlich den meisten Zuhörern, der einzige richtig bekannte Schauspieler, der hier mitmacht für uns hier, ich sag mal in den westlichen Ländern, ist Ken Watanabe. Der taucht dann auch irgendwann auf und man merkt dann halt auch, dass er eine der Hauptpersonen halt ist und hat ein bisschen gedauert, bis ich dann da auch drin war und ihn als eine von diesen Hauptfiguren halt auch angenommen habe. Und der Film, der probiert ja immer mal wieder dann auch im Verlauf so ein bisschen Emotionalität aufkommen zu lassen, aber du hast es ja schon anklingen lassen, so ganz hat das für mich dann letzten Endes auch nicht funktioniert. Aber wenn wir uns jetzt nochmal der Figur von Ken Watanabe zuwenden, der sitzt ja oft dort in seinem Kontrollräumchen und begutachtet, was da so alles, ja, vor sich geht und gibt dann halt auch immer die Kommandos, die von ganz oben kommen, von der Regierung weiter. Und Kenny, wir haben es ja eben schon angedeutet, du hast, ja, fachwissenschaftlich da ein bisschen Hintergrund und kannst uns mal ganz kurz erläutern, inwieweit das für dich alles, ja, plausibel war, was dort gezeigt wurde. Also ich selber arbeite ja in der Chemieindustrie und habe die Position eines Messwortenfahrers, das heißt, ich sitze auch bloß in so einem Kontrollraum und bediene die Technik. Allerdings bei uns ist es halt kein Kraftwerk, das heißt, wir produzieren keinen Strom, sondern wir produzieren verschiedene Sachen, Produkte, die am Ende entstehen, also chemische Herkunft, wo aber auch viel Dampf mit benutzt wird. Und was anderes macht ein Kraftwerk ja nicht. Ein Kraftwerk erzeugt mit diesen atomaren Stäben Energie, wo mit Dampf erzeugt wird, und der Dampf treibt eine Turbine an und der erzeugt Strom. Solche kleinen Generatoren haben wir bei uns auch einen kleineren Maßstab, um Effizienz zu erzeugen. Und das quasi, was dort passiert, mache ich quasi auch fast jeden Tag, mit Ausnahme der Radioaktivität und den Strahlungen und den Steuerstäben und all so ein Kram, ja. Das müsst ihr wegdenken, aber das Prinzip der Anlage ist gleich. Und was erstmal passiert, du siehst den Kontrollraum, der ist natürlich schon ein paar Jahre älter, der ist ungefähr 40 Jahre alt, also das Kraftwerk wurde irgendwann in den 80er Jahren gebaut. Aber dann passiert die Katastrophe, Strom fällt aus und dann heißt es, okay, wir müssen jetzt was machen. Wir müssen jetzt hier, da und da die Leitungen durchgehen und da steht irgendeine Obrigkeit an der Wand, hat ein R&I-Fleece-Bild. Das ist so eine große technische Zeichnung von Rohrleitungen und das ist eins zu eins genau, wie es bei uns aussieht. Das ist wirklich absolut authentisch gemacht, sagt, okay, wir müssen die Leitung von da und da, das Produkt, den Dampf, das Wasser durchstellen, um die Kühlung zu gewährleisten. So, dann geht es los, dann werden Leute in die Anlage geschickt, die Ventile aufmachen sollen, dann rennt jeder los. Das sieht auch normal aus, du hast dort Leitungen, du hast dort Bühnen und sowas, wo du langläufst. Alles authentisch und dann gehen die zu diesen Ventilen und machen die halt auf. Und dann ist immer das Detail, wie macht man ein Ventil auf? Wenn du es aufmachst, drehst du es nach links, machst du es zu, drehst du es nach rechts. Das ist in vielen Filmen immer ein Fehler, da hat es funktioniert. Mit Ausnahme, dass die halt nicht irgendwie wie 10 Minuten an dem Ding hängen und das 10.000 Mal drehen, weil es war ein Getriebeschieber, das sie dort benutzt haben. Die haben einfach nur, sagen wir mal, eine Runde rum und da war es plötzlich auf. Das gebe ich dem Film zugute, weil du willst nicht zugucken, wie die Leute 10 Minuten an dem Ding hängen und das Ding aufdrehen. Ansonsten war alles auf technologischer Sicht authentisch. Muss ich dem Film wirklich zugute geben. Sehr gut gemacht in der Hinsicht. Ja, ich wollte nämlich sagen, dass der gesamte Film eigentlich auch wirklich hochwertig produziert wurde. Also wenn man sich die Kostüme anschaut und das ganze Make-up, muss man ja sagen, wie das Ganze dann halt eben auch inszeniert wird. Und das sieht alles großartig aus. Also die Anlage, die Katastrophe. Also optisch macht der Film genau das, was eigentlich so ein Film in so einer Situation machen muss. Das sieht nicht billig aus, sondern wirklich gut. Ja, also die werden auf jeden Fall schon ein paar Euro bzw. Yen in die Hand genommen haben, um den Film zu produzieren. Teilweise sahen die Special Effects wirklich gut aus. An manchen Stellen dachte ich dann doch, okay, jetzt sieht man es doch recht deutlich. Zum Beispiel ganz am Anfang, als der Tsunami kam, haben wir am Anfang gedacht, joa, sieht eigentlich ganz geil aus. Und dann, als es so zwischen den Gebäuden anfängt durchzufließen, da hat man schon ziemlich doll gesehen, dass das alles natürlich computergeneriert ist, aber insgesamt hat mich das eigentlich ganz gut mitgenommen. Kenny, was sagst du zu den Special Effects? Also ich fand die auch absolut zufriedenstellend, dass es authentisch wirkte und nicht irgendwie zu computerhaft und zu plastisch. Es wirkte realistisch, dass du es wirklich ernst nimmst. Und was ich cool fand, das waren die Kamerafahrten über das Kraftwerk. Weil du hattest ja den Kontrollraum, wo die Leute das Ding bedient haben. Dann hattest du ja dieses Havari-Gebäude, wo der Ken Watanabe oder auch Yoshida, wie er in dem Film heißt, quasi in diesem Krisenraum saß. Das ist quasi so ein Havari-Raum, wo dann alles besprochen wurde. Da sitzen da Betriebsingenieure oder Betriebsleiter und dies und das und entscheiden dann, was gemacht wird. Und geben die Info an den Kontrollraum, was die dann machen. Und du hast halt Kamerafahrten über dieses Kraftwerk und siehst ganz genau, okay, da ist wirklich mit Schriften, die da drüber sind, das ist der Reaktor 1, 2, 3, 4. Da ist der Krisenraum, da ist der Kontrollraum, da ist der Notstromgenerator. Das wird alles super dargestellt, dass du wirklich durchblickst, wo bist du gerade, was ist passiert und was ist los. Das ist wirklich super und es sieht wirklich sehr gut aus. Es sieht sehr schön aus, sehr realistisch, sehr gut gemacht. Ja, aber was ich den Film ein bisschen ankleiden muss, ist, dass er den Zuschauern nicht ausreichend darüber aufklärt, was diese Werte genau zu bedeuten haben. Also da wird halt eben gesagt, wir haben diese und diese Zahl, diesen und diesen Wert. Das ist schlecht, das ist schlecht, das ist nicht gut. Aber du kriegst nicht richtig erläutert oder gezeigt, was für Folgen und Ausmaße diese Katastrophe wirklich hat oder haben könnte für die Menschen, für die Natur, für das Land und alles. Da wird nicht ausreichend dazu eingegangen. Also da kann man schon einen Vergleich mit der Serie ziehen, Tschernobyl, habt ihr sicherlich auch gesehen. Und da wird ja explizit drauf eingegangen, welche Zahlen sind in Ordnung, welche Zahlen sind katastrophal, was passiert, wenn die Zahlen wie hoch schlagen. Und das sieht man dann auch da in der Serie. Hier im Film allerdings wird nicht auf die Zahlen genau eingegangen. Also wer keine Ahnung von diesem Zeug hat, der weiß nicht, ob das jetzt gut oder wie schlecht das wirklich ist. Und es wird im Film auch nicht richtig gezeigt, wie schlimm das Ganze dann auch wirklich ist. Also da muss ich zugeben, hat mir hier bei Fukushima ein bisschen so die Härte gefehlt. Da hätte man ein bisschen mehr zeigen müssen, um wirklich diese Katastrophe auch sichtbar zu machen. Ähm, der Vergleich zu Tschernobyl hinkt in der Hinsicht, weil Tschernobyl einfach eine Miniserie ist. Die hat fünf Folgen, jeweils eine Stunde. Das heißt, die haben fünf Stunden Zeit, alles detailreich zu erklären. Das macht der Film halt nicht. Der Film geht zwei Stunden, zeigt noch ein paar wichtige Charaktere und muss dazwischen noch ein paar Zahlen reinhauen. Deswegen, klar, du kannst da nicht so viele Details reinhauen, wie du gerne möchtest. Dann müsstest du eine Miniserie draus machen. Genau, aber sie haben halt eben nicht mal das Minimum erfüllt. Das ist das Problem. Sie müssen nicht so ins Detail gehen wie eine Serie. Das wäre auch ein unfairer Vergleich, gar keine Frage. Also ich will jetzt keinen Film mit einer Serie vergleichen. Aber die wichtigen Zahlen, Daten, Fakten bei so einer Katastrophe muss der Film ein bisschen deutlicher und klarer nennen und halt eben auch zeigen. Weil ansonsten wirkt das Drama dahinter nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, ich gebe dir recht. Was dem Film wirklich fehlt, ist der böse Finger am Ende. Im Sinne von Atomenergie ist scheiße. Atomenergie ist scheiße gefährlich. Da muss viel mehr gemacht werden. Oder im Sinne von, ja, die Folgen davon sind zum Beispiel, dass die und die Länder aus der Atomkraft ausgestiegen sind. Und die Folgen fehlen in dem Film. Das ist halt die Geschichte, okay, es passiert die ersten vier Tage, was da passiert. Also von Zeitpunkt der Katastrophe vier Tage danach ungefähr, so läuft das ungefähr ab, was gezeigt wird. Auch mit Zahlen. Da steht alle paar Minuten dann da, in welchem Zeitraum wir uns gerade befinden, dass du immer den Überblick hast, was gerade los ist. Aber der böse Finger am Ende fehlt. Im Sinne von, ja, dadurch sind so und so viele Menschen, mussten evakuiert werden. So und so viele Menschen sind dran gestorben. Das fehlt alles. Was Tschernobyl am Ende gemacht hat, diese Moralpredigt am Ende. Der Film zeigt die Katastrophe, er zeigt die heroischen Helden. Aber es gibt dir nicht das Gefühl zu sagen, ey, das ist echt krass. Sondern es gibt dir eher das Gefühl so, naja, können wir noch einen Kraftwerk bauen, dann haben wir noch mehr Helden. So ungefähr. Naja, man erkennt doch am Ende des Films ganz klar, worauf der Film abzielt und was er halt vermitteln wollte. Und ich glaube, das war halt einfach gar nicht deren Anspruch, das zu tun. Und die wollten, glaube ich, den Film ganz genau so machen, wie er jetzt ist. Ja, und das ist ein bisschen zu wenig, muss ich sagen, für so ein wichtiges Thema, für so ein Riesenpotenzial, was so ein Thema bietet, an Dramaturgie und allem, sogar an Horror. Also, so diese Geschichte, du brauchst keine Horrorelemente, um einen Menschen mit so einer Geschichte Angst einzuflößen. Wo ich Tschernobyl geschaut habe damals, die Serie, ich habe das erste Mal Albträume gehabt von dem, was ich gesehen habe. Egal ob Film oder Serie, das erste Mal Albträume. Und das, obwohl das ja keine Horrorserie ist, ne. Hier hingegen spürst du diesen Horror nicht, diese Angst, diese Furcht, das überträgt sich einfach nicht. Du siehst einfach nur die Leute, wie sie halt eben, ja, Angst haben, Panik schieben, auf die Zahlen gucken, hin und her rennen, hin und her rennen, Panik schieben und fertig. Also, da ist, das Ganze ist ein bisschen zu dünn gestrickt, meiner Meinung nach. Da hätte man mehr Facetten einbringen müssen. Ich rede jetzt hier nicht unbedingt von einem Familiendrama, was man unbedingt einbauen muss oder eine große Love-Story. Aber zumindest mehr als einfach nur Zahlen angucken, Panik und durch die Gegend laufen. Ja, eine Sache, die ich noch ansprechen möchte, die jetzt auch ein bisschen an das anknüpft, was Werner gerade angesprochen hat. Der Film geht zwei Stunden. Und ich glaube, ich kenne deine Antwort schon, aber natürlich geht der Ball nochmal an dich zurück, Werner. Warst du die ganzen zwei Stunden lang dabei oder war es dir doch ein bisschen zu lang und hätte das Ganze anders aussehen müssen? Ich bin da ein bisschen so in der goldenen Mitte, muss ich sagen. Also, ich muss sagen, die zwei Stunden, die haben mich wirklich gut bei Laune gehalten. Ich war wirklich interessiert vor dem Fernseher, hab zugeschaut. Aber sie wurden auch nicht wirklich konsequent sinnvoll genutzt. Kenny, was machst du? Ich finde die zwei Stunden nicht zu lang und nicht zu kurz. Ich glaube, hättest du ihn 90 Minuten lang gemacht, hätte etwas gefehlt und hätte er sich angefühlt. Hättest du ihn länger gemacht, wäre er lang ab mich geworden. Also, ich glaube, so wie er ist, ist er ganz okay. Also, ich hatte das Gefühl, so 10, 15 Minuten hätte man auf jeden Fall rauskürzen können. Es gibt so ein paar Sequenzen, wo sie die Amerikaner zeigen und der auf einmal zurückdenkt, wie schön das war, als er damals dort vor Ort war, was wirklich mit nichts, aber auch gar nichts in dem Film irgendwie zu tun hat oder irgendwas dazu beigetragen hat, dass der Film irgendwie besser rüberkommt. Ich fand vor allem die erste Hälfte sehr unterhaltsam, jetzt rein, als wir aufgebaut war und ohne jetzt zu bewerten, ob das alles richtig oder falsch ist, was dort gezeigt wurde oder ob sie sich in gutes oder schlechtes Licht gerückt haben, sondern einfach, der Film hat mich mitgenommen. Und ab der Hälfte, fand ich, hat er sich schon ein bisschen gezogen, ohne dass ich jetzt gelangweilt war. Also, da hätte ich mir ein etwas strafferes Endpacing gewünscht. Muss halt auch sagen, dass gerade zum Schluss mich auch der Pathos dann ein bisschen sehr doll schleimig eingehüllt hat. Also, das war dann schon grenzwertig für mich. Man muss dazu sagen, wir haben ihn alle auf Japanisch geguckt, im Originalton mit Untertiteln und es ist halt auch eine andere Kultur. Das heißt, das ist wirklich ein japanischer Film. Das ist nicht irgendwie ein englisch gemachter Film, der in Japan spielt, sondern es ist halt wirklich ein japanischer Film mit japanischen Schauspielern in Japan gedreht. Und das ist eine Kultur, die wir nicht kennen, das sind wir nicht gewöhnt. Und so wie die sich zum Beispiel gegenseitig verhalten sich gegenüber, das ist was Sachen, die verhalten sich anders den anderen Leuten gegenüber, vor allem mit ihren Entschuldigungen, mit ihrem Respekt, mit ihrer Hingabe. Das würden wir anders machen als die. Und das finde ich aber auch ganz interessant, mal zu sehen, wie die sich verhalten. Jetzt mal aus so einer kulturunterschiedsmäßigen Betrachtung. Und das finde ich ganz interessant. Ja, das hat mich persönlich auch nicht sonderlich gestört, wie das wahrscheinlich den einen oder anderen gestört haben wird, weil ich halt schon recht viel über die japanische Kultur weiß und auch schon einige Filme und auch Animes und so weiter gesehen habe und mich da ein bisschen mit beschäftigt habe und halt weiß, wie es dort halt abläuft. Aber ich glaube, so der durchschnittliche westliche Zuschauer, der wird sich schon das ein oder andere Mal am Kopf gekratzt haben. Aber du hast es ja schon ganz gut gesagt, es geht halt viel um Höflichkeit, viel Entschuldigung und auch diese lauten Ausrufe und wie die miteinander umgehen, ist halt ganz anders als bei uns. Aber das muss man bei dem Film tatsächlich einfach annehmen, denke ich mal. Ja. Wobei, ich würde ihn ja nochmal sehen auf Deutsch, wie er synchronisiert wird. Ich auch. Also ich werde ihn mir auf jeden Fall nochmal ansehen. Okay, dann kommen wir zu einem kurzen Fazit. Also einmal ganz kurz ein, zwei Sätze nochmal zum Film. Für wen ist er geeignet? Und dann haut mal eure bei uns gängige Bewertung von 0 bis 5 raus. Dann mache ich mal den Anfang. Von mir bekommt der Film 2,5 von 5 Sternen. Ist leider insgesamt nur durchschnittlich, weil er zu viele wichtige Punkte links liegen lässt und auch einfach auf Dauer nicht konsequent genug ist. Er ist gut produziert. Er zeigt die Katastrophe, aber nicht die Folgen und auch nicht, wie schlimm diese ganze Sache an sich hätte sein können. Also man geht nicht tief genug in die Materie, um sagen zu können, dass man da nicht mehr hätte draus machen können, sollen und vielleicht auch müssen. Weil so ist es teilweise auch ein bisschen zu patriotisch. Ich bin auf deiner Seite. Also ich finde ihn besser als du. Ich finde, ich gebe ihm vier von fünf Punkten. Allerdings gebe ich dir recht, er hat nicht diesen bösen Zeigefinger. Also er ist nicht, ich meine, du willst nicht immer Grausamkeit haben. Du weißt, dass Atomkraft grausam sein kann. Wir haben es in Chernobyl gesehen. Aber was fehlt, ist wirklich dieser böse Finger am Ende, diese Moralpredigt im Sinne von, ja, das hat so und so viele Folgen gehabt und das ist schlimm und daraus sollten wir lernen und sowas. Und das fehlt. Genauso wie das mit den Amerikanern, was ich einfach nicht verstehe. Diese Amerikaner-Schnitte da drin. Warum das da ist, keine Ahnung. Aber was ich dem Film zugute mache, ist es halt ein Biopic oder halt eine Geschichte auf wahren Begebenheiten, was ich immer sehr toll finde. Das hat immer großes Potenzial für Filme. Er wirkt sehr authentisch. Das heißt, die Charaktere sind auch, bringen das sehr gut rüber. Die sind sehr ernst. Bringt einfach eine gute, also das Feeling gut rüber, wie es da abgelaufen ist zu der Zeit. Er ist detailreich. Er ist detailverliebt. Das heißt, er ist authentisch. Er ist gut animiert. Das sieht alles super aus. Und von daher, wie gesagt, gebe ich eine vier von fünf. Ja, ich liege in der goldenen Mitte. Ich liege bei drei von fünf Sternen. Der Film startet stark. Er hat ansehbare Effekte. Ich finde die schauspielerischen Leistungen insgesamt auch recht gut. Ab der Hälfte lässt er ein bisschen nach, wird hinten raus sehr pathetisch. Und das, was ich gelesen habe, ist halt auch, dass die Japaner sich da ein bisschen zu gut bei wegkommen lassen. Und gerade bei solch einer wahren Begebenheit wäre es vielleicht doch schön gewesen, da ein bisschen selbstkritischer zu sein. Und dann vielleicht auch, wie du es jetzt gerade gesagt hast, Kenny, nochmal den ein oder anderen Satz zum Schluss mit anzufügen. Aber nichtsdestotrotz fand ich ihn dann doch für die Ernste des Themas recht unterhaltsam. Ja, würde ich sagen, haben wir es, Jungs. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und vielleicht haben wir ja jetzt dem ein oder anderen den Film schmackhaft gemacht. Fukushima, die Welt am Abgrund. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Die Heimwerker, Königinnen und Könige des Tele-Stammtischs hatten leider keine Zeit. Darum sind wir heute am Start. Das ist einmal der Lukas. Hallo, Lukas. Hallo. Und der Manuel. Hallo, Manuel. Hallo. Und ich bin der Marco. Hallo. Hallo, Marco. Und wie man es vielleicht erahnen kann, wir besprechen heute das Hausboot. Und der Lukas erzählt uns einmal kurz, was das Hausboot ist, worum es dort geht und wo ihr das Hausboot finden könnt. Genau. Das Hausboot ist eine Netflix-Serie, die ab dem 9.3. erhältlich sein wird oder verfügbar sein wird. Auf Netflix dann und auch nur auf Netflix. Und das Hausboot ist eine Miniserie, die vier Folgen hat, die ungefähr so 35 Minuten geht im Durchschnitt. Also ein bisschen mehr als zwei Stunden ist so die gesamte Serie. Und es geht einmal um Finn Kliemann. Finn Kliemann könnte man von YouTube kennen. Man könnte seine Musik kennen. Er hat ja auch das Kliemannsland, was so ein kleiner Hof ist mit Kaffee und allem drum und dran. Auf jeden Fall. Größtenteils kennt man Finn Kliemann wahrscheinlich durch seine YouTube-Videos, wo er halt als Heimwecker-King bekannt geworden ist, wo er halt immer die verschiedensten Sachen gebaut hat und sich an die verschiedenen Projekte gewagt hat und dort halt gerade durch seine Persönlichkeit strahlen konnte, weshalb das Ganze dann auch sehr beliebt geworden ist. Und zum anderen haben wir noch Olli Schulz. Olli Schulz kennt man als Musiker, als TV-Persönlichkeit und auch vom Podcast Fest und Flauschig mit Jan Böhmermann. Also zwei bekannte Personen, würde ich mal behaupten. Und die beiden hatten sich vor drei Jahren das Hausboot von Gunther Gabriel gekauft, der verstorben ist damals. Und die haben das sich quasi eigentlich aus, was quasi mit so einem kleinen Scherz quasi begonnen hat. Die haben sich dieses Hausboot halt gekauft für 20.000 Euro waren das, glaube ich, um da drauf ein bisschen Musik zu machen und halt ein bisschen Spaß zu haben. Das war die Grundidee. Und die haben dann nach dem Kauf halt recht schnell realisiert, dass das Haufen ein einziges Wrack ist. Bedeutet, die ganze Elektronik ist hinüber, überall ist Schimmel in den Ecken und das Holz ist komplett durchgemorscht. Und so hat sich dann dieses Projekt, was eigentlich nur aus Spaß sein sollte, sich zu einem über drei Jahre langen, fast vier Jahre langen Megaprojekt einfach gesteigert hat. Und darum geht es quasi. Es geht dann um diesen ganzen Prozess. Es beginnt wirklich mit den drei Tagen nach Kauf, wo die dann da drinstehen, alles lustig, tralala, bis hin dann zur ersten bitteren Erkenntnis und zur nächsten bitteren Erkenntnis und zur nächsten bitteren Erkenntnis. Und dann halt, wie sich das Ganze, was die damit angestellt haben, wie sich das Ganze entwickelt. Und das geht dann auch wirklich bis kurz vor Release der Serie ungefähr. Also das, glaube ich, die letzten 10 sind so irgendwo in 2020, Richtung Ende 2020. Genau, darum geht es im Groben. Und das Ganze ist dann natürlich dann mit so ein paar Interviewszenen und so gestaltet. Genau. Wenn ich ein kurzes Zitat einwerfen darf. Wir haben ein Überraschungsall gekauft, das gefüllt war mit Scheiße. Genau. Ja, so oder so ähnlich zieht sich das tatsächlich diese ganze Reihe durch. Manuel, sind dir denn Finn Kliemann und Olli Schulz im Vorfeld ein Begriff gewesen oder vielleicht auch gar nicht? Oder hast du sie schon verfolgt über die Jahre hinweg? Ich fand es auf jeden Fall lustig, die Reihenfolge der Aufzählung hätte ich jetzt zum Beispiel genau andersrum gemacht, weil ich Olli Schulz halt kenne. Also ich habe auch fünf Jahre lang in Hamburg gewohnt und weiß nicht, Olli Schulz kennt man, ist ja jetzt auch schon irgendwie ein bisschen länger dabei, sag ich mal. Finn Kliemann, keine Ahnung. Musste ich tatsächlich erst mal googeln, hat mir nichts gesagt. Und da hatte ich auch so, ist vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist er so bekannt, dass man davon ausgehen kann, dass man ihn kennt und man alles weiß, aber ich kannte ihn halt nicht. Und da war der Einstieg am Anfang, fand ich ein bisschen komisch, weil ich so, mir war nicht so ganz klar, wessen Projekt ist denn das jetzt eigentlich? Weil für mich war so, ich hatte davor der, bevor wir jetzt die Besprechung machen, schon mal von gehört, aber hauptsächlich so, Olli Schulz hat irgendwie aus Bock einfach ein Hausboot gekauft und renoviert das jetzt. Und dann fängt die Serie an und auf einmal ist halt Finn Kliemann dabei. Klar, er holt sich für ihn ins Boot, macht ja Sinn. Und dann kommt aber irgendwie raus, dass eigentlich so, Finn Kliemann macht ja alles. Also Olli Schulz ist da jetzt so, ich will jetzt nicht kleinreden, ist hauptsächlich Geldgeber, nicht so der Machertyp. Und Finn Kliemann ist jetzt der, der das so, der anpackt, das Ding in die Hand nimmt, organisiert und so weiter. Und ich kannte den halt gar nicht. Und da ist so, okay, der, woher kann der das? Wer ist denn das? Darum muss ich da jetzt mal googeln und hab dann auch gefunden, okay, hier sein DIY-Kanal und Heimwecker King und Kliemannsland und so weiter. Aber nee, kannte ich bis dahin nicht. Okay, Lukas, wie sah das bei dir so aus? Genau, also ich kannte beide tatsächlich. Also ich kannte Olli Schulz ein bisschen länger halt durch den Podcast tatsächlich und also davor auch natürlich so hier ProSieben dies, das mal und hab aber zu dem Zeitpunkt auch recht regelmäßig fest und flauschig gehört und da wurde es ja oft erzählt auch. Und also da hab ich das so da schon mitbekommen. Aber zu dem Zeitpunkt, als quasi dann er gesagt hatte, ja, okay, ich hab dieses Boot gekauft, kannte ich Finn Kliemann auch bereits schon. Da hab ich dann, da kannte ich dann primär durch die YouTube-Videos und da hat er, glaube ich, sein erstes Album draußen. Das hatte ich halt auch gehört. Und genau, also ich kannte beide dann eigentlich schon auf jeden Fall gut genug, um das so einschätzen zu können und auch zu wissen zu können, okay, das macht Sinn, dass so irgendwie Finn Kliemann dabei ist und ich wusste halt auch, dass das so ein... Auch welche Rolle er dann quasi einnehmen wird wahrscheinlich. Genau, also da hab ich mir fast gedacht, dass halt so ein Machertyp ist und der halt auch immer super viele Leute um sich rum hat, die das einfach, die ihm so gerne helfen und die da einfach so ein Team dahinter hat quasi. Ja, ich kannte beide auch tatsächlich. Olli Schulz natürlich auch schon weitaus länger auf dem Schirm, gerade auch als Musiker. Ich hab tatsächlich noch Konzertkarten, das schiebt sich gerade seit anderthalb Jahren, dieses Konzert, Corona-bedingt halt einfach, was ich ein bisschen schade finde. Aber auch Finn Kliemann ist mir durchaus ein Begriff gewesen. Ja, auch schon zu seinem ersten Album hatte ich alles mitverfolgt. Er ist halt eine Persönlichkeit, die ganz breit und ganz groß im Internet rumschwirrt irgendwie, sei es halt auf YouTube, Podcast-technisch auch. Also wie gesagt, zu seinem ersten Album hat er auch einen Podcast gemacht. Auch sehr empfehlenswert und generell ist er ja eigentlich eher, was auch in der Doku halt aufgegriffen wird. Gut, darüber können wir uns auch streiten, ob es eine Doku ist oder nicht. So, aber es wird aufgerichtet. Er ist halt Werber. Er kommt eigentlich aus der Medienbranche und ist halt trotzdem irgendwie so ein, ja, so ein Internet-Lebemann einfach. Der macht halt alles und irgendwie vielleicht auch nichts. Richtig, nicht ganz oder doch. Keine Ahnung. Da stecke ich dann auch nicht so tief drin. Aber sowas lässt Olli Schulz ja auch mal kurz halt fallen in dieser Miniserie. Ja. Wollen wir doch mal kurz halt zu dieser Miniserie kommen oder zu der Doku. In welches Genre würdet ihr es denn und so irgendwie ein? Darf ich noch eine kurze Frage einwerfen? Wo wir gerade noch eh über die beiden reden. Mir war nicht ganz klar, sie hatten das kurz angedeutet, woher die sich jetzt eigentlich kennen. Da, habe ich da was verpasst? Oder, weil es war ja jetzt anscheinend nicht so, dass sie sich jetzt schon irgendwie eine längere Freundschaft hatten oder so. Sie kannten sich, glaube ich, eigentlich fast gar nicht und hatten kurz was dann miteinander zu tun. Ich wollte nur mal kurz fragen, ob ich da was verpasst habe oder ob das mir gar nicht so im Detail beleuchtet hat. Nee, so wirklich im Detail, glaube ich, nicht. Also, sie haben es mal kurz so anläuten lassen, dass sie beiden sich mehr oder weniger kannten und schätzten. Und so wie ich es verstanden habe, hat Olli Schulz so diesen ersten Schritt gemacht. Er wollte dieses Hausboot kaufen, aber er hatte halt nicht dieses handwerkliche Know-how, um halt irgendwie dieses wuppen zu können und wollte, aber scheinbar ja trotzdem auch einen finanzstarken Handwerker an seiner Seite haben. Und dann machte das natürlich Sinn. Und dann machte das Sinn tatsächlich, wahrscheinlich auch für den Kliemann zurückzukommen, weil ich denke mal, Tim Allen in Tooltime jetzt mit anderen Projekten beschäftigt war. Weiß nicht, Lukas, du bist wahrscheinlich zu jung, ne? Ja, also, ich kenne es und ich habe ein, zwei Folgen vielleicht als Kind so gesehen, wenn es so bei Comedy Central mal lief, aber jetzt nicht so detailliert. Nein, aber so, denke ich mal, kam diese ganze Geschichte zur Rande. Wie gesagt, Film Kliemann ist halt im Internet sehr breit aufgestellt und gerade durch sein Album ist er auch viel rumgekommen, kann man mal so sagen. Okay, cool, danke. Genau, zu seinem Album hat er damals auch schon tatsächlich einen Film gemacht, eine Doku, die ist aktuell auf Join zu sehen. Um die geht es natürlich nicht, aber ... Aber zu dir gibt es natürlich auch einen Podcast mit mir hier auf dem Telestammtisch. Ah, sehr cool. Dann kannst du ja vielleicht auch noch mal sagen, inwieweit sich vielleicht tatsächlich jetzt seine neue Miniserie zu seinem anderen Film unterscheidet. Also, die Unterschiede sind, finde ich, also bei der Doku zu dem Album ist natürlich, ist es natürlich sehr personenbezogen, nur auf den Kliemann. Und da fand ich schon, war es bei der kurzen Doku jetzt, natürlich nicht nur auf diese ... Natürlich nicht nur auf den Kliemann bezogen, aber auch ein bisschen weniger auf die Persönlichkeiten so ein bisschen. Also, ich hatte das Gefühl, das Projekt und halt diese Probleme standen mehr im Fokus als diese beiden Persönlichkeiten quasi. Und was natürlich interessant ist, weil es ja beide schon so sehr präsente Persönlichkeiten sind einfach. Und da muss man jetzt sagen, das sind dann ja eher so Reibungen und so, die sind ja eher im Nachhinein erzählt worden und nicht quasi so auf Kamera eingefangen worden, außer so ein, zwei kleinere Dinge. Das sieht halt bei der anderen Doku schon ein bisschen anders aus. Was aber gleich ist, dass ich die Musik war also, weil sowohl bei das Hausboot als auch bei der Doku, das ist, glaube ich, zum Großteil alles für den Kliemann Musik. Also, das sind alles die Instrumentals von seinen beiden Alben gewesen. Ja, ist mir auch aufgefallen. Nun habe ich sein erstes Werk nicht gesehen. Jetzt mit dieser Miniserie hatte ich tatsächlich so ein paar Probleme, das irgendwie als Dokumentation so zu betrachten, weil ich habe unter Doku verstehe ich immer noch mal ein bisschen was anderes. Für mich kam es sehr YouTubig, um das mal irgendwie in ein Genre einordnen zu können, vor. Also, es wirkte halt wie vier etwas längere YouTube-Clips. Ich weiß nicht, wie bei dir das so hattet. Wie bitte? So ein bisschen Vlogs halt. Ja, genau. Wir haben einfach quasi, ja, so ein bisschen ihren Tag gefilmt oder das dokumentiert, wie sie jetzt da ihr Hausboot von Van Vordermann auf Start kriegen. Also, ja, wie dokumental das jetzt war, kann man sich ja drüber streiten. Ja, klar. Ich habe da das Gefühl gehabt, dass das umso später man quasi in der Zukunft ist und umso weniger quasi wird das, weil ich könnte mir halt gut vorstellen, als sie angefangen haben und so die ersten Filmszenen gedreht worden sind, könnte ich mir gut vorstellen, dass noch gar nicht die Idee im Raum stand, eine Dokumentation daraus zu machen, dass quasi einfach, dass das vielleicht dann halt da so ein paar... Zumindest keine dicke Netflix-Produktion. Genau, genau. Das war, glaube ich, dann eher der Gedanke, okay, ich filme das ein bisschen, weil, keine Ahnung, ist halt interessant und dann kann man vielleicht ein kleines YouTube-Video oder so draus machen. Das war wahrscheinlich wirklich die Anfangsidee und dann ab dem Punkt, wo es wahrscheinlich hieß, okay, wir machen quasi, wir bauen quasi ein komplett neues Boot oder an einem Zeitpunkt, wo dann heißt, okay, das ist geldtechnisch schon, das geht schon sehr ins Geld, könnte ich mir schon vorstellen, dass man sich dann gedacht hat, okay, dann lass jetzt, wir haben jetzt schon viel gefilmt, dann lass das jetzt durchziehen und dann halt ordentlich noch Kameramaterial sammeln, so, weil im Endeffekt muss halt, die haben ja wahnsinnig viel Geld dafür ausgegeben und dann muss das natürlich dann auch irgendwie wieder ein bisschen reinkommen und dann ist das mit einer Dokumentation, kann man natürlich da schon so ein bisschen entgegenwirken und dann haben sie wahrscheinlich mit Netflix jetzt auch noch einen recht soliden Deal ausarbeiten können. Vielleicht auch schon währenddessen, könnte ich mir vorstellen. Ja, denke ich auch, also ich glaube schon auch, dass es dann dann hieß quasi, okay, das ist ganz schön teuer, dann lass mal gucken, dass wir halt mit dem Material, das wir jetzt haben, lass dann noch mehr Material aufnehmen und das jetzt halt auf ein bisschen nochmal anderes Level heben und dann gucken, dass wir halt dadurch auch nochmal irgendwie wieder Geld zurückkriegen, so, weil das wird sich ja sonst wahrscheinlich Jahre ziehen mit Vermietungen und sowas, bis das halt sich wirklich rentieren würde, so. Ja, ich meine, du hast es ja schon angedeutet, dass da ja gewisse Konfliktsituationen, gerade auch zwischen Finn Kliemann und Olli Schulz bestanden, so, und das halt jetzt in dem Hinblick, dass es halt vielleicht tatsächlich eher nur als YouTube-Format gedacht war vielleicht, Netflix erst später, Einstieg, ich glaube, das schadet diesem ganzen Projekt so ein bisschen, also, oder vielmehr dieser ganzen Miniserie so ein bisschen, weil hätte man vielleicht wirklich dieses ganze Projekt von Anfang an kontinuierlich und konsequent mit der Kamera begleitet, hätte man halt vielleicht, ich sag's mal, diesen Elefanten im Raum, den sie ja immer wieder stehen lassen, also ihr großes Streitgespräch am Telefon, halt mitbekommen, ne, ich meine, klar, persönliche Sachen hätten da jetzt vielleicht nicht unbedingt reingemusst oder so, aber so wurde es immer wieder nur angedeutet, man weiß nicht, was ist da wirklich vorgefallen und sie machen auch nicht wirklich reinen Tisch, sie sagen halt dann im Endeffekt nur, ja, ist halt wieder alles cool zwischen uns irgendwo, aber wir jetzt als Zuschauer oder Zuschauerinnen werden halt nicht voll ins Ab geholt und damit hatte ich tatsächlich ein großes Problem, weil, ähm, das mir so alles irgendwie ein bisschen schmälert, so, auch generell, ähm, natürlich diese ganze Kostensache, wie teuer ist dieses Projekt, es wird einmal kurz genannt, ohne jetzt die Summe mal zu nennen und, äh, diesen Überraschungsfaktor, den ich hatte, vielleicht dann, äh, den Hörerinnen und Hörern zu nehmen, aber es wird halt nur einmal kurz gesagt, ja, das kostet jetzt uns ungefähr so und so viel, ähm, aber mich hätte tatsächlich auch interessiert, ja, sie wollten Investoren haben, aber, ne, es muss ja trotzdem irgendwo noch wer eingestiegen sein, wer hat was finanziert und solche Sachen, das hätte mich tatsächlich auch noch interessiert, so, und darauf wird auch nicht eingegangen, also so, so wird's halt nur wirklich so dieser grobe Umriss, äh, wir renovieren ein Hausboot, so, gemacht und das fand ich ein bisschen schade, ich hätte mir da ein bisschen mehr erhofft und ein bisschen mehr erwartet tatsächlich, ich weiß nicht, wie ihr das so seht, äh, ob ihr da so kritisch mit der Serie seid oder ob euch das nicht gestört hat. Hat mich tatsächlich jetzt nicht gestört, ich hab's tatsächlich eher so gesehen als, ja, man, es ist, sind einfach Olli Schulz, geiler Charakter, bisschen Hamburger Schnack so, dann sind die auch noch, äh, öfter mal gegeneinander geclashed, weil Finn und er beide ein großes Ego haben, ja, dabei noch, äh, Bauleiter Max, der sich da den Arsch abrackert und dann irgendwann auch mal angepisst ist, aber so generell, dass man einfach die so ein bisschen begleitet, ähm, ja, wie sie halt ihr Hausboot renovieren, fand ich einfach mega entspannt anzugucken und es, ich hätte mir auch manchmal ein bisschen mehr gewünscht, so, zum Beispiel, was sie jetzt alles im Detail eingebaut haben, so am Ende gibt's so eine sehr kurze Szene, finde ich, oder ein paar Minuten sind das nur, wie das jetzt am Ende alles aussieht wirklich und, ähm, auf einmal fährt da irgendwie was aus dem Boden raus, ich so, okay, geil, hätte man ja mal vorher drüber reden können, so, ne, also so ein bisschen Features, was sie da jetzt eigentlich so gemacht haben, hätten mir so ein bisschen, ähm, haben mir so ein bisschen gefehlt, aber dass da jetzt so der, der Streit, klar, der wird andauernd angesprochen, ich glaub, sie haben sich auch öfter mal irgendwie in den Haaren gehabt, aber so wie ich das verstanden hab, war das jetzt alles nichts, ähm, was am Ende jetzt das Projekt, ja, zum Scheitern gebracht hat, sondern sie haben sich immer wieder zusammengeraucht und dann, weiß ich nicht, wenn sie da nicht zu sehr ins Detail gehen wollen, finde ich das okay, hat mich jetzt nicht gestört. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht auch das alles haben und das einfach nicht reingemacht haben. Okay. Ja, also, ich würde sagen, ich stehe da so zwischen den Stühlen so, weil, also, ich kann beide Punkte verstehen, auf der einen Seite hätte man natürlich, wenn man diesen Streit und den ganzen Spaß mit eingebaut hätte oder mehr oder allgemein auch mehr diese Persönlichkeiten eingefangen hätte, diese beiden, hätte das natürlich guten Stoff für ein wesentlich dramatisiertere Doku gegeben, aber dadurch, dass es halt jetzt nicht so geschehen ist, hat man dann halt einfach eine sehr easy Doku bekommen, die man einfach auch, die man so gut schauen kann, also, die dann einfach sehr snackable ist, so, und das finde ich dann auch nicht schlimm, so, im Endeffekt, weil, also, das ist natürlich, kommen, also, das ist dann ein bisschen, also, so, ein bisschen so, dann die Erwartungshaltung haben, also, dass man weiß, was man bekommt, so ungefähr, und wenn man weiß, okay, das ist ein bisschen leichter, gucke ich jetzt einfach, ähm, mal schnell weg, so, dann finde ich das okay, so, aber ich kann also auf jeden Fall auch dann die Kritik verstehen, weil wir halt keine Erwartungshaltung haben konnten und auch jetzt nicht wussten, was genau auf uns zukommt, und da kann ich gut verstehen, wenn man dachte, okay, dieses Boot ist ein riesen Haufen Müll, so, am Anfang, da erwarte ich mir dann schon mehr Nervenzusammenbrüche und so, auch on cam, so, also, das kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Ja, hat ja irgendwo hier in dem Haufen, aber es wird nicht aufgelöst, so, ähm, dann gibt es ein Streitgespräch wegen, haben sie wahrscheinlich einfach nicht gefunden. Ja, aber das hätte man dann vielleicht auflösen können, so, da wird sich gestritten, da wird sich gestritten, äh, holen wir einen Industrie-Sauger, um diesen abgeschliffenen Rost irgendwie rauszusaugen oder wie auch immer, also, da wird sich fünf Minuten drüber unterhalten, äh, holen wir einen Industrie-Sauger oder lassen wir jetzt, äh, unsere Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, äh, die Schaufel in die Hand nehmen und das rausschippen, aber es wird auch nicht aufgelöst, was haben sie jetzt im Endeffekt gemacht, so, also, das hat mich dann immer so manchmal ein bisschen, Doch, haben sie nicht gemacht, sie haben einfach angepackt und rausgeschippt. Ja, dann habe ich das nicht gesehen. Wo dann kurz danach, also, es ist halt auch, wird dann in ein paar Shots jetzt gezeigt, wie die dann einfach da am, Okay. am Eimern sind. Dann habe ich die Montage nicht gesehen, da möchte ich mich dafür entschuldigen, aber so ein paar Sachen wurden dann für mich, wie zum Beispiel mit der, ähm, ich glaube Johnny Cash war das, ne, er war ein großer Fan von Johnny Cash, und diese Schallplatte, das wurde auf jeden Fall nicht aufgelöst, so, das, äh, stört mich dann immer, wenn Sachen halt in den Raum geworfen werden und dann nicht aufgelöst werden. Ich glaube, so durchgeplant waren die einfach gar nicht. Ja, das waren, also, das bei den Platten könnte ich mir halt auch vorstellen, weil das halt auch ganz am Anfang noch war, wo einfach noch keine Idee bestand, dass es dann einfach irgendwann untergegangen ist, so, vor allem, also, das war ja, so ungefähr drei Jahre Arbeit, ungefähr, oder drei Jahre, die mit der Kamera mitgenommen wurden. Also, ich glaube, habe ich 2018 geholt und so, Ende 2020 sind die, glaube ich, fertig geworden. Ja, na klar, dann kann in zwei Stunden halt nicht alles rein, ne, das ist schon verständlich. Genau, und, also, ich kann mir halt vorstellen, dass dann einfach, wenn, ähm, die das ja quasi, sagen wir ja, einen Monat nach Kauf, quasi, das mit den Platten hatten, wo allgemein noch keine Idee bestand, für eine Doku, und dann, wenn dann irgendwie ein Jahr oder eineinhalb Jahre später die Idee kommt, okay, komm, wir gehen das jetzt ernst an mit dem Film und machen da noch einen Dokustoff draus, richtig, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie es halt einfach wirklich vergessen haben, oder das war, oder, es kann natürlich auch sein, das war ja der ganze Haufen, den die Tochter sich noch abholen wollte, und vielleicht, keine Ahnung, also, das war ja eh ihr Kram, also, vielleicht hat sie es einfach mitgenommen, und dann war es einfach gut, und dann konnte man da auch nicht mehr viel machen, weil wahrscheinlich, die sich dann ja auch irgendwann da rausgehalten hat, so, die war ja wahrscheinlich froh, dass sie das losgeworden ist, dafür auch, dass sie noch Geld auf den Gericht hatten, dafür einen frechen, frechen Betrag an Geld bekommen hat, für, da hat sie dann wahrscheinlich auch gedacht, hier, da ziehe ich mich jetzt schnell raus aus der Affäre, so, ja, ja, Okay, habt ihr noch was, was euch sehr gut gefallen hat, was euch weniger gut gefallen hat, an das Hausboot? Also, optisch hat es mir auf jeden Fall gefallen, es war schön gefilmt, die Musik war schön, und, ähm, das Boot ist ja schön geworden am Ende, also, das ist ein schöner Anblick. Ja, und ich fand auch, sie hat noch immer, ich glaube, das wurde dann gegen den letzten Episoden wahrscheinlich mehr, hatten sie dann noch so ein Pappmodell von dem fertigen Boot gebaut, ne, und immer wenn sie über, ja, irgendwie die Küche geredet haben, oder so, in einem Interview, oder vielleicht auch schon so ein paar Shots gezeigt hatten, dann war gleichzeitig wahrscheinlich mit so einer Probecam oder so, äh, halt da schon schön durch das Pappmodell durchgefahren, was das dann ein bisschen wieder gespielt hat, das fand ich auch ganz cool, muss ich sagen, es war nett gemacht. Ja, das muss ich auch sagen, das war wirklich ein schönes Gimmick, was halt, äh, diese Serie hatte. Und es gab so ein paar dann, ja, Gastauftritte, ne, von Leuten, die halt vorgekommen sind, die man so kennt wahrscheinlich, das fand ich eigentlich auch cool, haben alle nicht verstanden, was sie da überhaupt, warum sie das überhaupt angefangen haben, dieses Projekt so im Grunde, aber okay, ne, ähm, naja, hat mir eigentlich ganz gut gefahren. Ja, dem kann ich zustimmen. Ich hab mir, glaub ich, nicht aufgeschrieben, der Endliegeplatz von dem Boot, den haben sie jetzt nicht gesagt, ne, sie hatten ja sich mal kurz ein Grundstück angeguckt in Harburg, was leider komplett absurd teuer war, äh, und danach hab ich mir nur aufgeschrieben, äh, sie schleppen es jetzt zu einem Liegeplatz, keine Nachbarn, Autobahnausfahrt, fertig. Mhm. Aber, hab ich, weiß ich auch tatsächlich, nicht, hab ich auch nicht weiter nachrecherchiert. Aber kann man sich dann ja wahrscheinlich angucken, wenn man sich einmietet. Genau. Mit Sicherheit. Aber nur noch eine Band und los geht's. Genau. Dann, äh, frage ich euch nur noch zum Abschluss, ähm, würdet ihr das Hausboot weiterempfehlen und, äh, wie viele Punkte vergibt ihr dem Hausboot denn? Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, einfach mal schön zwei Stunden, auf die Couch, ein bisschen, äh, ich mein, Renovierungsshows sind doch auch irgendwie total, sowieso eben schon seit Jahren. Und da noch so ein bisschen, äh, dran, äh, zuzuschauen, wie so ein paar Leute am Anfang erst mal komplett dran verzweifeln und dann aber, wenn sich alles fertig, äh, darstellt, ähm, glücklich sind, oder bei ihnen auch coole Charaktere sind, äh, gibt's von mir, viereinhalb Sterne oder Punkte oder Hausboote. Mhm. Lukas. Ja, also, ich würde es auf jeden Fall auch weiterempfehlen, wobei ich dann sagen muss auch, das habe ich bei der, ähm, Kritik zum anderen Doku auch schon gesagt, es ist auf jeden Fall spaßiger, wenn man die Person schon kennt, einfach wenn man, so Olli Schulz und Finn Kliemann, wenn das einem, zumindest einer von beiden, irgendwie ein Begriff ist so, dann ist das auf jeden Fall nochmal, finde ich, ein Upgrade für das Erlebnis. Aber allgemein ist es auf jeden Fall, ist easy zu gucken, ist schnell zu gucken und es macht fun, ist gelungen und, ja, ich wäre, glaube ich, dann bei vier, dreieinhalb oder vier Sternen, so in dazwischen. Okay. Ja, ich war ja ein bisschen kritisch, aber das war halt so eher auf, auf das, äh, auf die Dramaturgie, auf die Spannung, auf das Filmische, so, äh, blickend. Wir müssen ja auch über was reden, ne? Ja, das auch. Und nichtsdestotrotz, ich mag Finn Kliemann und Olli Schulz, ne? Nicht um, sonst habe ich natürlich auch irgendwie ein Konzertticket für Olli Schulz und ich würde es auch empfehlen, ähm, ist halt, wie ihr sagt, äh, leichte Unterhaltungskost, so kann man sich gut mal eben weggucken, so, und ich vergib auch so drei, dreieinhalb von fünf Sternen Hausboten, whatever und, äh, ja, ich denke mal, Fans von beiden oder so werden es auf jeden Fall gucken und ihren Spaß damit haben und wahrscheinlich auch irgendwo einen Mehrwert rausziehen und das passt dann ja. Ja, genau. So, zum Abschluss würde ich dann sonst nur noch auf den Telestammtisch an sich hinweisen wollen. Wir sind ein Projekt, was sich, äh, komplett irgendwie aus seinen Redakteurinnen und Redakteuren finanziert, also wir alle tragen irgendwie auch unseren finanziellen Beitrag dazu bei, um halt so Serverkosten, Hostingkosten zu zahlen oder halt auch mal den Ein- oder Film halt physisch kaufen zu können, um ihn hier halt zu rezensieren oder zu besprechen. Das kostet alles Kohle und wir würden uns daher sehr über eine kleine Spende freuen, das könnt ihr gerne machen über Paypal oder über Buy Me A Coffee, die Links findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes, dieses Podcast und generell würden wir uns glaube ich auch über ein positives Feedback freuen, gerne auch negativ, aber solltet ihr mal in die Bewertungsschiene auf iTunes oder ähnlichen Bewertungsportalen gehen, natürlich wäre es super, wenn ihr uns dort irgendwie positiv bewerten könntet oder dieses Projekt vielleicht mal teilt auf Social Media oder ähnlichen. Lukas, Manuel, es hat mir sehr gefreut mit euch diesen Podcast über das Hausbrot aufzunehmen und ich verabschiede mich und überlasse euch die letzten Worte. Wir sehen uns auf der Elbe. Vielen Dank. Tschüssi. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Dead Pics, der seit dem 12. Februar 2021 exklusiv bei Mubi zu sehen ist. Ich bin es du und heute an meiner Seite ist der Paul. Ich grüße dich, Paul. Grüß dich, Stu. Zunächst einmal vielen Dank, Paul, denn dank dir konnte ich Dead Pics überhaupt sehen, denn Mubi bietet das ja irgendwie an, dass man seinen Freunden so den Film schicken kann, ne? Ja, genau. Und wenn man sich so einen Film angesehen hat, dann steht die Option bereit, dass man diesen Film verschenken kann. Ja, das hast du getan. Das beweist, der Paul ist ein sehr guter Mensch. Ob Dead Pics aber auch ein guter Film ist, das werden wir jetzt zusammen mal versuchen herauszufinden und bevor wir das machen können, stellt sich eine Frage, nämlich worum geht es in dem Film überhaupt? Und Paul, du hast die Antwort. Ja, erstmal vorneweg Dead Pics, das ist ein Episodenfilm und es geht um, ganz grob, geht es um tote Schweine, Immobilien und Verwestlichung. Man erlebt hier also verschiedene Charaktere, die in Shanghai war es, glaube ich, die dort leben und es sollen neue Häuser, neue Architekturprojekte sollen durchgezogen werden, ja. Und man bekommt somit, wie diese Vorhaben sich auf verschiedene Einzelschicksale auswirken. Dead Pics hat im Vorfeld für so ein bisschen positiven Trubel gesorgt, das ist nämlich das Regie-Debüt einer Journalistin, die in der Nähe von Shanghai aufgewachsen ist, nämlich Kefi Yen und die hat letztes Jahr diesen Birds of Prey inszeniert und davor hat sie aber schon Dead Pics gemacht und wie ich haben sich viele gefragt, wann erscheint der denn endlich mal? Denn da muss ja irgendwas dran sein, wenn man einen Film dreht und dann sofort Warner ankommt und sagt, hier hast du die Regie von unserem Multimillionen-Dollar-Projekt, mach das mal. Und nachdem ich Dead Pics gesehen habe, kann ich sagen, ich kann verstehen, dass sie sie genommen haben. Denn auch wenn ich nicht alles gelungen finde an Dead Pics, er hat eine ganz eigene Stimmung, eine ganz eigene Atmosphäre, die ich schwer versuche kann, in Worte zu fassen. Nur so viel, es hat was Besonderes. Es wirkt zum einen, finde ich, dass sie die Tradition des chinesischen Kinos so ein bisschen umarmt, aber gleichzeitig auch so ein bisschen von sich stößt. Das ist ganz bizarr, finde ich. Ja, stimme ich dazu. Er schien auf meiner Stadtplattform und ich habe ihn erst noch gar nicht in Verbindung mit ihr gebracht und ich habe dann kurz durchgelesen und gedacht, ah, okay, dann bin ich jetzt auch mal gespannt auf den Film und muss sagen, ich bin sowieso ein Freund von Episodenfilmen und so weiter und er hat mich in dem Sinne an einen meiner Lieblingsfilme von Paul Thomas Anderson erinnert, an Magnolia, der ja auch Episodenfilme hat und in dem es auch ohne groß zu spoilern auch um tote Tiere geht irgendwann mal, aber da hat er mich schon daran erinnert und er hat mich ja dann auch von seiner Inszenierung her ganz gut abgeholt. Ja, ich hatte das Problem, ich wusste halt wirklich nicht, worum geht es in dem Film. Ich wusste erst von dieser Käffi Yen, ich wusste erst exklusiv auf Mubi, ich wusste, du hast ihn mir geschenkt, nochmal danke dafür, ansonsten wusste ich wirklich gar nichts. Ich habe den Film angefangen und ich muss sagen, vielleicht war ich einfach nicht in der richtigen Stimmung, aber der Film geht ja über zwei Stunden oder fast zwei Stunden. Er hat mich schon sehr überfordert. Okay, inwiefern? Also von der Vorstellung der Figuren oder so? Ja, es war echt, also ich wusste nicht, dass es ein Episodenfilm ist und da sind halt so viele Handlungsverläufe und Figuren, dass ich gerade so in den ersten 30, 40 Minuten echt überfordert war und hier wirklich saß und wirklich dachte, okay, ich raffe gerade wirklich nichts und halt eben dazu noch mit dieser für mich als westlichen Zuschauer sehr strangen Atmosphäre, ja, war das schon ein ziemlicher Kampf. Ja, so eine Einführung, das ist manchmal gar nicht so, das dauert manchmal ein bisschen und ich fand auch, was ja bei Episodenfilmen auch immer ist, man schafft es da nie wirklich so, jede Figur so, deren Tiefe oder was auch immer zu geben, dass es sich dann tatsächlich, also auch so anfühlt, also man merkt schon das ein oder andere Mal oder ich zumindest, okay, da hat die Figur oder der Handlungsstrang jetzt nicht seine volle Tiefe erschöpft, sage ich mal, aber ich fand, gerade im Zusammenspiel und da stimme ich dir zu, das dauert ein bisschen, bis dieses Zusammenspiel dann richtig wirkt. Alles in allem, im Zusammenspiel haben mir die ganzen Storylines dann aber doch gefallen oder zumindest, es war mir dann nie langweilig in diesen zwei Stunden. Also langweilig ist der Film auf gar keinen Fall und er war auch, Gott bewahrer, er war nicht schlecht, aber ich musste mich, wie gesagt, echt durchkämpfen, was einfach daran lag, naja, ich habe dir ja geschrieben, hey, sag mal, hast du noch diesen Dead Picks? Ich hätte jetzt Zeit und Lust und das mit der Zeit stimmte, aber ich glaube, vielleicht war ich nicht der richtigen Lust gerade dafür, aber ich habe ihn natürlich zu Ende geguckt und bin auch, also ich bin froh, den jetzt gesehen zu haben und es ist garantiert auch ein Film, den ich irgendwann nochmal gucken werde, aber es ist schon, es ist kein schwerer Stoff, finde ich, also es ist jetzt kein Drama, das einen komplett umhaut und das total komplex ist, aber er ist einfach anstrengend, ich glaube, darauf muss man sich schon einlassen. Ich fand ihn gar, also ich hätte ihn tatsächlich, als ich es mir dann durchgelesen habe, um was es so grob geht, hätte ich mir gedacht, dass der noch schwerer tatsächlich inszeniert ist oder noch ein bisschen tröger sich dahin schleppt. Ich glaube, einer der Produzenten war auch Ian Zange, der ja vor allen Dingen im chinesischen Film auch sehr viel gemacht hat und der vor allen Dingen dafür bekannt ist, dass er eben solche ganz natürlichen und ganz bodenständigen und sehr, sehr langsame Filme, also ich habe Still Life von ihm zum Beispiel gesehen oder Touch of Sin, also die sind schon wirklich fast dokumentarisch und das ist der hier ja eigentlich nicht. Der hat zwar schon ein Thema, was eine gewisse Schwere und auch Ernsthaftigkeit mitbringt, aber ich finde gerade durch seine Inszenierung, also der ist ja schon bunt und so und hat auch mit seiner Musik immer einen guten Flow dann reingebracht, da finde ich ihn dann gar nicht so schwer oder so tröge. Ja, also das Schwer war jetzt auch nicht auf die Erzählweise oder so genommen, sondern einfach, also es war einfach too much für mich zu beginnen. Also es waren zu viele Handlungsstränge, zu viele Charaktere, ich wusste einfach lange Zeit nicht, was willst du von mir füllen? Ja. Aber es hat sich definitiv gelohnt, am Ball zu bleiben und ich glaube, das hört man schon so ein bisschen raus. Ich glaube, wenn wir nachher zum Fazit kommen, wird mein Fazit wahrscheinlich nicht so gut ausfallen wie deins, aber ich glaube, dass wir letzten Endes den Film doch empfehlen können. Vor allem, weil die Käffi Yen oder Jen, ich weiß nicht, wie du das auch richtig aussprecht, ein wirklich gutes Gespür für Bilder hat. Also alleine dieser Bauernhof, nenne ich es mal, wie der so in so einer Wüste aus Geröll da steht. Und im Inneren ist es ja wunderbar gepflegt und die Bäuerin, nenne ich sie jetzt einfach mal, die ja zu so einem YouTube-Star wird, ohne dass es ihre Angehörigen irgendwie mitbekommen. Das ist alles, das hat so eine ganz, so eine Eigenheit. Also es gibt ja immer so diese Sache, dass man gerne Filme mit anderen Filmen vergleicht. Bei Dead Pics hätte ich echt Probleme, jetzt Filme zu finden, wo ich sage, wenn du den Film mochtest, dann wirst du auch Dead Pics gut finden. Ja, stimme ich dazu. Und diese Inszenierung, finde ich, die hat sie dann, die hat sie so lange durchgezogen, ich finde nach 90 Minuten ungefähr, da gibt es eine ultra geile Parallelmontage. Und da muss ich wirklich sagen, da hat für mich, in dem Moment, wie gesagt, so ungefähr nach 90 Minuten, da zieht dann so ein Gewitter auf und dann werden die Handlungsstränge fast nochmal im Sekundentakt abgeklappert. Und da hat der Film für mich eine Kraft entfaltet, die fand ich richtig stark. Also da hat das dann wirklich funktioniert von der Musik her, von den Farben, von den jeweiligen, also was gerade erzählt wird in dem Moment, in dem Handlungsstrang, das fand ich richtig stark. Weißt du zuwegerweise, ob der Film irgendwie in China verboten wurde oder zensiert? Ne, davon habe ich nichts gelesen. Weil ich fand schon, dass der eher staatskritisch ist, der Film. Und das würde ich in China nicht so gerne gesehen. Ja. Ja, also diese Parallelmontage kann ich dir nur beipflichten, das ist auch mit, die beste Szene im Film und da, also es hat schon vorher bei mir Klick gemacht, aber das war der Moment, wo ich dann auch wirklich verstanden habe, okay, deswegen wollten sie die als Regisseurin für Birds of Prey. Das ist tatsächlich auch, ja, das war auch mein Gedankengang. Ich habe gedacht, bäm, also ich habe auch die ganze Zeit so gewartet oder ich habe halt, nachdem ich dann wusste, dass sie danach direkt zu Birds of Prey gewandert ist, gerade habe ich gedacht, okay, was, irgendwas muss ja jetzt besonders oder so sein und der Rest, davor fand ich gut, aber diese Szene war so, die bei mir so richtig gekickt hat, wo ich mir gedacht habe, aha. Und, ohne zu spoilern, ich fand auch die letztes, also eine der letzten Szenen ganz stark, ich sage nur Ohrfeigen, weil der Film dann auch so einen Ausflug ins absolut Melodramatische macht. Und da war der Punkt, wo ich mir absolut unsicher war, also erstmal, ohne zu spoilern, man hat, ja, überlegt, wo findet man den zierenden Schlusspunkt? Und ich will nicht sagen, dass es komplett unvorhersehbar war, aber zumindest die Art und Weise, wie es dann, wie es dann kommt oder so, hat mich zumindest total überreicht, weil ich mit sowas überhaupt nicht gerechnet habe, weil es so ein bisschen dem Charakter des Films davor komplett widerspricht oder irgendwie sich so komisch anfühlt und da habe ich mich gefragt, macht man jetzt hier gerade so ein bisschen das, was man vorher aufgebaut hat, kaputt? oder ist es mehr sowas, sowas Bitteres, so eine bittersüße Note, die man da am Ende noch mit reinstreut? Also da war ich mir nicht so ganz sicher, will jetzt auch nicht weiter darauf eingehen, weil ich, wie gesagt, auch nichts vorwegnehmen möchte. Ich hatte ja irgendwie das Gefühl, in einer kurzen Zeit bei diesem Ende, ist das vielleicht so eine Art Traumsequenz. Weil es auch, wie gesagt, es passte irgendwie nicht so richtig, aber es passte dann doch und es war dann auch so überhöht und dann wird ja auch noch gesungen, sage ich mal. das wirkte, also und das ist vielleicht auch eine große Kunst, es hätte ganz schnell albern wirken können, wirkt es aber nicht. Es wirkt trotz allem, trotz dieser Abruptheit irgendwie organisch und das hat mir doch durchaus imponiert. Ich muss sagen, also für mich war es schon abrupt, weil ich wirklich, also wirklich fand das so, es war top und dann am Ende, aber wie gesagt, legt man da noch mal eine Schippe drauf und übertreibt es eben auch, also gewollt überhört man das Ganze und da wusste ich, da war ich dann, lange saß ich dann dort und habe mir überlegt, okay, also ich war mir nicht so richtig schlüssig, macht mir das jetzt so ein bisschen den Film kaputt, wobei ich das nicht sagen würde, weil dafür war auch die Inszenierung zuvor für mich zu stark oder kann ich wirklich mit diesem Ende richtig gut leben, aber das, keine Ahnung, vielleicht wenn ich ihn auch noch mal ansehen werde, was ich bestimmt auch noch mal tun werde, weil, wie gesagt, ich fand ihn auch gut, ja, da war ich mir aber nicht so ganz sicher. Irgendwie dieses Ende, muss ich auch sagen, ich hatte immer das Gefühl, das ist so eine, es hat schon was Parodistisches, fast schon was, ja genau, wie fast schon wie so eine Karikatur, weil der Film ist halt, wie gesagt, sehr kritisch und das Ende, das wirkt irgendwie so, wie so, als ob man halt dem chinesischen Staat so sagt, so ey, wir haben dich lieb, aber hinterrückst die Finger kreuzt. Ja, genau richtig und ich wusste eben nicht, okay, also ist es jetzt das oder hat man sich dann einfach wirklich für die melodramatische oder für die schnulzige Variante entschieden? Und das konnte ich nicht so richtig ausmachen, deswegen, ja. Also ich glaube wirklich, dass das jetzt wirkt, also ich glaube wirklich, das ist so dieses mit bekreuzten Fingern, weil die Käffi Yen ist ja eigentlich Journalistin und kommt ja auch aus der Gegend und ich glaube schon, dass die da schon eine klare Aussage treffen wollte. Vielleicht ist es ja, also ich meine, wir wissen jetzt nicht, ob der Film irgendwie in China verboten oder zensiert worden ist, aber wenn er wirklich in China erlaubt ist, dann vielleicht klappt das ja. Ja, wer weiß. Naja, gut, ich würde sagen, wir können zum Fazit kommen, oder? Ja. Okay, super. Dann müssen wir noch Punkte vergeben. Welche Punkte vergeben wir denn bei Dead Pigs? Der tote Schweine ist zu oft, ich bin nicht. Wollen wir einfach Ohrfeigen geben? Okay, okay, dann vergeben wir Ohrfeigen. Gut. Gut. Ja, also ich war wirklich sehr angetan von dieser, von dieser Struktur und von diesen Episoden, wie man das, wie sie es geschafft hat, die dann tatsächlich miteinander zu verweben und dann eben auch auf inszenatorischer Ebene, da mir echt ein paar Momente gezaubert hat, von denen ich begeistert war. Das Ende ist so der Punkt, der bei mir eine Punktevergabe so schwierig macht, weil ich immer mit mir ringe. Ich würde am Ende, glaube ich, zwischen 3, 3,75, zwischen 3,5, aber ich glaube, ich tendiere zu 4, genau, ich komme bei 3,5 und ich tendiere aber zu 4, zu 4 Punkten, also sehenswert und es gibt, glaube ich, bei Mobi auch eine Probewoche oder kostenlose Probewoche oder so da oder ihr habt einen Freund, der Mobi hat, uns euch verschenken kann diesen Film, dann schaut da gerne mal rein. Ja, kann ich empfehlen. Ich würde 3,5 von 5 Ohrfeigen geben. Wie gesagt, er hat mich einfach vielleicht zur falschen Zeit erwischt, ansonsten wäre es für mich, glaube ich, ein guter Viererkandidat. So oder so, aber ein eher inhaltlich interessanter Film und inszenatorisch wirklich hervorragender Film, dem man aber halt, da muss man die Muße für haben. Es ist jetzt kein richtiges, schweres Drama, also es ist jetzt nichts von Bela Tarr oder so, das ist dann schon mal eine ganz andere Bausteine. Aber ihr solltet nicht erwarten, dass es ein kurzweiliger, spaßiger Film ist, sondern der hat schon mehr Gewicht, als man glaubt. Aber insgesamt, glaube ich, Paul, wir beide waren zufrieden. Ja. Gut. Dann wird es jetzt Zeit, auf Adieu zu sagen. Bevor wir das aber tun, sei noch erwähnt, der Telestammtisch ist ja sozusagen ein No-Profit, das heißt, wir verdienen ja nichts. Trotzdem könnt ihr euch vielleicht überwinden und uns einen kleinen Obolus da lassen. Schaut dafür einfach mal in die Shownotes, da könnt ihr uns, wie gesagt, ein kleines Trinkgeld geben, das würden wir dann ausgeben für, naja, für Technik, Equipment und Sonstiges und ja, vielleicht auch ein bisschen für tote Schweine. Mal gucken. Dafür schon mal vorweg danke und viel Spaß noch bei den weiteren Podcasts des Telestammtischs. Ich sage auch danke, Paul, nochmal für diese Besprechung und für den Film. Sehr gerne, danke fürs Moderieren, du. Und Adieu. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Telestammtischs betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.